Vers 33 Ich verehre Govinda, den urersten Herrn, der den Weden nicht zugänglich ist, den aber die Seele durch reine, unverfälschte Hingabe erreichen kann. Er ist nicht dual, nicht dem Verfall unterworfen, ohne Anfang, und seine Form ist unendlich. Er ist der Anfang und der ewige Purusha. Trotz alledem ist er eine Person und besitzt die Schönheit blühender Jugend. Erläuterung Advaita bedeutet die unteilbare Wahrheit, die absolutes Wissen ist. Obwohl das unendliche Brahman von Krishna in Form seiner Ausstrahlung ausgeht und obwohl der in allen Herzen wohnende Gott, Paramatma, seine Teil-Emanation ist, bleibt Krishna immer die eine und unteilbare Person. Ajita bedeutet, dass er, obgleich Myriaden von Avatares als persönliche Emanationen und Millionen von Jivas als abgesonderte spirituelle Partikel von ihm ausgehen, dennoch als das unteilbare, höchst vollkommene Ganze unverändert bleibt. Obwohl Krishna in seinen Spielen scheinbar geboren wird, hat er keinen Anfang. Obwohl er nach dem Spiel seines Erscheinens in dieser Welt wieder verschwindet, ist er doch ewig. Obwohl er ohne Ursprung ist, wird er geboren, wenn er hier erscheint. Und obwohl er in Essenz ewig ist, ist er doch eine Person in der vollsten Blüte der Jugend. Zusammenfassend kann man sagen, dass seine mannigfaltigen Eigenschaften zwar scheinbar widersprüchlich sind, aber aufgrund seiner unvorstellbaren Kraft dennoch miteinander harmonisieren. Das ist es, was mit Chit Dharma, transzentraler Natur, im Unterschied zur Materie gemeint ist. Seine anmutige, dreifach geschwungene, eine flötehaltende Gestalt ist von ewiger, blühender Jugend und steht über allen Unzulänglichkeiten, die im begrenzten Gefüge von Zeit und Raum zu finden ist. Im Transzendentalen Reich gibt es weder Vergangenheit noch Zukunft, sondern nur unbeeinträchtigte und unveränderliche Gegenwart. In der Transzendenz besteht kein Unterschied zwischen dem Objekt und seinen Eigenschaften und es gibt nicht die Art von Identität, die man im begrenzten weltlichen Bereich findet. Folglich existieren jene Eigenschaften, die im Licht weltlicher, durch Zeit und Raum begrenzter Vorstellung widersprüchlich erscheinen, im spirituellen Reich in heiterer und wohlwollender Harmonie. Wie kann der Jiva jene beispielslose Daseinsform begreifen? Der begrenzte Intellekt des Jiva ist immer durch den Einfluss von Zeit und Raum verunreinigt und deshalb nicht in der Lage, diese Beschränkung abzuschütteln. Wenn also die Kraft kognitiver Fähigkeit zur Erkenntnis des Transzentalen nicht ausreicht, was dann? Die Antwort Brahmas lautet, dass die transzentale absolute Region jenseits der Reichweite der Veden liegt. Die Veden haben ihren Ursprung in Klang und Klang entspringt dem weltlichen Äther. Die Veden können uns demnach keinen direkten Einblick in die transzentale Welt, Goloka, vermitteln. Nur wenn die Veden von der Jit-Energie durchdrungen werden, sind sie dazu imstande, sich mit der Transzendenz zu befassen. Goloka offenbart sich jedoch jeder Jiva-Seele, die unter den Einfluss der spirituellen, kognitiven Energie in Verbindung mit der Essenz ekstatischer Energie gelangt. Fußnote 15 Die ekstatische Fähigkeit der Hingabe ist grenzenlos und sie ist mit unverfälschtem transzentalem Wissen angereichert. Dieses Wissen offenbart das Goloka-Tadva, die wahre Natur der höchsten Transzendenz, wenn es mit Hingabe im Einklang steht. Es erhebt aber keinen getrennten Anspruch, sondern dient nur als Stütze unvermischter Hingabe. Das ist ein neues Bild, das ist ein neues Bild. Vielen Dank.